hier nicht unbedingt sehen müssten wir dann aber die dinge hier wieder wegnehmen und hier ein kleiner fracht container hin so 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 und dann können wir hier nee wir lassen das so, dann haben wir wenigstens die Übersicht das ist doch auch alles so funktioniert wie wir uns das vorstellen da geht es runter hier wollte ich doch gar nicht bauen hier wollte ich hier 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 Gut, dann sind wir hier auch fast durch. So, dann ist das eingemauert. Das ist nicht so groß, es ist zwar bequemer beim Hochlaufen. Haben wir denn noch andere Treppen? Ja. Genau, dann kommen wir hier mit den stairs hin. Okay. 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 Wir sind gleich durch hier, wir sind gleich durch hier. Wir sind gleich durch hier, wir sind gleich durch hier, wir sind gleich durch hier, wir gehen. Ja da darf man natürlich nicht zu nah ran gehen. Aber wir müssen die Treppe noch einen rüber setzen. Gut. Und theoretisch müssten wir hier auch Eckdinger anbringen, dass wir hier nicht runterfallen. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich finde, ja, so langsam, so langsam nimmt das doch ein bisschen Farbe an hier. So, jetzt haben wir hier den Aufgang, den werden wir dicht machen und werden dann den hier auch mal wegnehmen, so, wenn wir das jetzt aber so bauen, dann... So, wir müssen theoretisch eine... Wenn wir das Teil wegnehmen... So, kommen wir da runter... Dann geht's da hoch... Kommen wir hier rauf... Zwischengang und dann hier oben, genau. Ja, ich hätte gerne einen Daumen hoch für diese fabulose Arbeit. Hier ist ja ein bisschen knapp. Das können wir später bauen. So, und hier... Jetzt ziehen wir den auch nochmal... C'mon... Huh? Ja. 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 Da hat man hier wenigstens ein bisschen Platz zum Laufen. Und dann kommt hier auch nochmal... Ne... Ich weiß nicht, was da ist... Was kann man hier für Stairs... Die sehen ja auch... Steilisch aus... Und die sind sogar überleuchtet... Die finde ich sogar schöner als die hier. Und die sind da glaube ich viel günstiger. Ja. wo ist der brunnen hier und dann kommt hier eine schräge rein ja vielleicht sollten wir uns erstmal eigentlich um rohstoffe kümmern hier müssten wir eigentlich auch noch einen fallschutz anbauen mein 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 gut aber das ist ja schnell gemacht das wird ja alles automatisch fertig gebaut und dann kommen wir noch um es fertig abzurunden auch die mittel g platten hin oh oh da da md hier werden wir uns dann noch ein bisschen weiter dass wir an die hier und hier POL du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020